Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Tim ist auf K. Ne. Äh, hallo. Von Warlords. Ja, ich bin gerade noch auf K. Äh, diesmal aus meiner Sicht. Genau. Weil ich halt auch mal wieder das aufnehme. Das ist krass, ich weiß. Und, ja. Warlords solltet ihr die erste Folge gesehen haben, sonst... Ja, guckt euch die einfach an. Das ist wichtig. Ne, das ist halt die Erklärung, einfach wie das Spiel geht und so. Wie ist mein Turm. Oh, ein Wassermarier, hm? Ein schöner Wassermarier, hm? Machst du da? Nicht zaubern. Ey, der hat ja 2000 Leben. Wie hat sich die denn so schnell aufgefüllt? Ja, das werde ich wahrscheinlich verlieren. Weil der hat irgend so einen Heilzauber. Hä, was hat er denn für ein Heilzauber? Krass, ey. So. Nett, ähm. Ja. Ist ein bisschen gekommen mit mir. Ich rede mit dir, aber warum? Ah, meine Flagge ist safe. Gut. Nehme ich. Unsere. Nehme unsere. Der hat denn noch sieben HP? Das lohnt sich für mich nicht, diesen Kampf weiterzuführen. Oh, Mann. Doch, man kriegt auch, wenn man tot ist. Coins. Tim. Ja. 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 Gucken wir mal. Unsere Flagge ist immer safe. Hm. Capture Flag, aber niemand kümmert sich um die Flagge. Google? Doch, ich komme nicht rum. Ich gehe mal die Gegner besuchen. Ha. War klar. Mensch. Darf man hier nicht mehr... Ah, ich bin blau. Oh, dann kann ich hier rote Flagge ja noch klauen. Pff. Alter. Mach halt noch mehr Schaden, ey. Also das war jetzt echt nicht so schwer, die Verteidigung. Beide Flangen sind richtig safe, sagst du? Nö, die für der Gegner nicht mehr. Ich habe andere Herzen. Geillo. Keine Ahnung, ich springe jetzt einfach den Spawn runter oder so. Und dann versuche ich ins Zielhaus zu... Ja, tot. Ja, was soll ich machen? Was ich machen soll? Nochmal hinreiten und dasselbe nochmal machen. Hat gerade geklappt, dann wird es jetzt wieder auch klappen. Ja, was soll ich machen, Alter? Ja, ganz ehrlich. Machen wir so viel Damage? Hm, das ist echt, das ist wirklich... Also manche machen so viel Damage, aber das sind halt diese... Nicht-Magier-Klassen und die sind natürlich immer springen auch im Anzug stärker. Oh, dann hat sich der Typ danach ausgedacht. Geil. Irgendes Gefühl, dass wir deutlich weniger sind. Alter. Alter, wie viel Schaden will der noch machen? Die 1.017 Damage? Hä, lager, hab ich so viel gemacht. Habe ich mir heute zum Tod. Wird immer noch mega wenig leben. 17 level 22 ja ich bin gerade immer noch im flangdefender selbst langweil ich da überhaupt niemand die flagge erobern möchte außer dieser typ da jetzt gerade ankommt genau in dem moment wo ich das gesagt habe alter der einfach instant nur auf 600 leben gehabt ne da kommt wieder ein neuer so den haben wir fertig gemacht gucken wir beide flaggen sind safe er kann die flagge nicht erobern ist auch schon wieder tot wir sind hier sind vernichtung also wir sind schon gerade sehr stark gegen die gegner so halte ich mich mal voll ja aber wir überlegen ja nicht wir stehen zu fünf in der base rum und verteidigen unsere flagge ja die gegner auch leider hey wenig sind wir denn ich sehe die ganze zeit eine rote hä wir sind zehn leute ungefähr oder kommt schon ein neuer roter der sein glück glück versuchen möchte sein ewiges glück finden will ja ich will mich mal wieder heilen und da war ich schon tot wer hat denn gerade die flagge droppt ihr müsst die wieder äh dingsen die ist nur gedroppt hallo der ist auch schon wieder ja der war auch schon den letzten tod ey warum habe ich gerade 50 points bekommen aber wir liegen ja in führung ja oder kommt schon wieder rote ja doch schon ein bisschen blau ja stimmt ich dachte die ganze zeit irgendwie so aber keine angst die blauen nicht angegriffen denn da kommt ein bisschen was auf dich zu die fahren mich aber vorher ab also ich bin gerade draußen etwas weiter draußen am kämpfen das am kämpfen ok er ist tot er ist ich habe jetzt erst mal von oben alle weg gemacht vor alter macht er viel schaden 313 3 da wie er kurz krimiert weil ich immer noch krank bin da war von oben kommen wir ja hat er sich immer wenn ich mich müde zu wustig das müsst ihr ja nicht unbedingt wissen eh mal den haben wir abgestaubt aber das war mein stuhl den hab ich das problem ist dass die flagge halt angeblich in unserer basis obwohl sie nicht drin ist also sie ja sie steht irgendwo ist jemand getötet jede musste sie dann wieder ja nein sie steht genau in dem runden kreis halt drin und da und da meint das spiel sie ist noch in dem kreis drinnen da ich darf die flagge nicht spielen das spiel da kommt schon wieder welche als die sind zwar in sind toten aber es ist von der für die immer wieder ankommen 200 wieder zurück oh Gott ich muss mich kurz heilen als Tom diesmal wäre flagge bewachen echt der spannendere Job gewesen ja ich kommt immer so teilweise so eine armee an und dann hush! einmal drauf fahren tot ist sie da kommt einer wo? zu uns? ja boah da kommen richtig viele boah da kommen gerade ey einen hab ich ja alter ja picked up the red ja warte wir sind gerade am verlieren Tim wir liegen hinten hey wir sind blau ja stimmt wir sind ja gar nicht rot ich komm mal ein bisschen durcheinander vielleicht bringt nix boah was war das denn ey kollega ich mich aber mal ganz kurz hier wieder schnell heilen ne grab steine bringen irgendwie nix außer man kann sie kaputt hauen und dann weiß ich nicht passiert einfach nix das ist schade boah ich wollte es gut sehen ja so run 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 Töte ich den mal auf K. Tschüss. Okay. Dann holen wir uns mal eine Flagge. Von Rot. Aber dann sterben wir wieder. In einer Minute das Spiel vorbei. In zwei halt. Oder verteidigen unsere Flagge. Äh, die der Gegner. Das können wir auch machen. Ja, hier kommt einer mit unserer Flagge. Unserer? Ja, jetzt nicht mehr. Oh, schade. Aber ich würde sagen, die fänden wir die Flagge einfach. Weil so können wir schon gewinnen. Alter, tot. Da kommen drei. Wie viele seid ihr da hinten? Tim? Wir sind gerade zwei, vier und der eine steht im Zwischengang. Oh, der kämpft gerade. Okay, einer ist tot und einer springt gleich von oben runter. Okay. Ja, guck, da kommen sie alle. Blue Flag. Aber der überlebt nicht mehr lange. Ja, der ist schon down. Wollt. Stop the wet. Oh, Mist. Nein, schade so. Steal the red flag. Können sie tot. Das ist auch für die Flagge. Es gibt denen, glaube ich, Punkte oder so. Wir stehen zu zwei, vier, sechs, sieben rum. Wir gewinnen in 30 Sekunden. Ja. Wir stehen zu sieben einfach bei der Flagge. Ich klau nochmal die Flagge von Rot. Ja, die müssen ja eigentlich attackieren, aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt können wir eigentlich alles andere machen. Moin. Hier ist niemand bei der Flagge. Von denen. Die werden wahrscheinlich alle attackieren, obwohl das jetzt nichts mehr bringt. In den letzten zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Ich komme mal an der Flagge. Mann, ey. Und da kommt tatsächlich noch jemand. Okay, mal gucken, ist der Instantot? Ja, los, komm. Der muss noch sterben. Ja, gut. Ein Kill noch. GG. GG. Oh, mein Stuhl. Und 15 Kills. 90. Stimmt, den Tieren hier auch mal in der Idee tippen. Kriegt der 25 Coins und schickt dem Typen 100 Coins. Dem Typi. Ach, schön quietschen. So, dann öffne ich noch meine zwei Waffen. Oder was ist mit dem Video? Äh. Per Rappen. Ja, keine gute Waffe. Ja, ich auch nicht. Ich kann hier die, die hier wieder kaputt machen. Voll eh nicht. Ups. Noch hier vielleicht noch ein Skill updaten. Na. Na. Ne, geht nicht. Okay. Dann war es das mit dieser Folge von Warlords auf Hypixel. Genau. Und wünsche euch einen schönen Tag. Und ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.